Stopp, 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 hier bitte, bitte hier in das Mikro sprechen, durch die Plexiglasscheibe, wir haben es aber eigentlich, das ist völlig egal, da kann ja jeder kommen, ja, aber wir sind dem Stern gefolgt, er muss hier irgendwo sein, was für ein Stern denn, Mercedes Stern oder was, den hätten wir alle gerne, also, wo seid ihr denn her, wir kommen aus Morgenland, aus dem Orient, Türkei oder sowas, das sind die schlimmsten, habt ihr ein Visum, Und was für ein Visum, wir sind die Heiligen Drei Könige, und ich bin Mickey Maus, Entschuldigung Frau Maus, wir haben es eigentlich, also ohne Visum kommt hier keiner rein, und wenn ihr das dreigestirn werdet, so, also, ihr habt die Wahl, ihr könnt jetzt einen Einbürgerungstest machen, und wenn ihr den besteht, dann kann ich mir überlegen, ob ich euch ein Visum erteile. Was muss das denn sein, ich glaube, wir sind schon spät dran. Wollt ihr den Test machen, oder wollt ihr die nächste Maschine nach Istanbul nehmen? Ja gut, Frau Maus, also, jetzt fragen Sie doch mal schön. Also gut, ich habe drei Fragen. Erstens, wie viele Bundesländer gibt es in Deutschland? Alle guten Dinge sind drei. Sie müssen hier reinsprechen, sonst verstehe ich Sie nicht. Alle guten Dinge sind drei. Aber? Sind die Bundesländer denn überhaupt gut? Was sind denn Bundesländer? Also, mit allen Flüssen, Tälern und so, wären es so? Ja, ich stelle die Fragen hier, verdammt nochmal. Also? Also, alles in allem so Pifa Pro... 5000. Ist das richtig? Äh, Moment. Verdammt. Wollt nicht hier. Lassen wir mal durchgehen, so. Gut, nächste Frage. Welches Recht gehört in Deutschland zu den Grundrechten? A. Waffenbesitz? B. Faustrecht? C. Meinungsfreiheit? Oder D. Selbstjustiz? Mann, das ist aber total gemein. Das sind doch mehrere Antworten, richtig. Oder? Ja, oder? Aber... Also, Meinungsfreiheit schließe ich definitiv aus. Ich habe letztens noch gelesen, dass selbst Ihr Bundespräsident es blöd findet, wenn ständig jeder, die er will, die Wahrheit schreibt. Aber alle anderen sind okay. Hier sollte man nur eine Antwort geben. A, B, C oder D? Ja gut, dann machen wir das genauso wie bei den meisten Bayern. Wenn Sie wählen gehen, dann wählen wir Buchstabe C. Okay. Das ist aber leider... Richtig. A, B, C. Das ist richtig. Ich hätte schwören können. Na gut, Ihr seid ja sehr hartnäckig. Für solche Fälle habe ich eine todsichere Frage. Also, in Deutschland kann ein Regierungswechsel in einem Bundesland Auswirkungen auf die Bundesregierung haben. Das regieren wird. A, schwieriger, wenn dadurch die Mehrheit im Bundestag geändert wird. B, leichter, wenn dadurch neue Parteien in den Bundesrat kommen. C, schwieriger, wenn dadurch die Mehrheit im Bundesrat verändert wird. D, leichter, wenn es sich um ein reiches Bundesland handelt. Bitteschön. Ich nehme C. Nein, wir nehmen auch gar nichts. Nein? Ah, genau. Gibt es auch einen Joker? 50-50-Joker? Sehe ich aus, wie Günther ja auch. Aber Ihr könnt das Publikum befragen. Ja, Publikum, wer weiß denn die richtige Antwort? A, B, C, C. Was brauchen wir denn? Ihr könnt auch ihn fragen, der hat sowieso noch nichts gesagt. Ja, wenn wir den Joker haben. Was sagen Sie, was ist die richtige Antwort? Äh, keine Ahnung. Ich frage nicht richtig. Ihr könnt auch mich fragen. Also gut, bitte. Was ist die richtige Antwort? Keine Ahnung. Aber ich muss das auch nicht wissen. Ich bin ja schon drin. Aha, wir nehmen C. Na gut. Also, das wird doch nicht möglich. Ihr habt schon wieder bestanden. Alle drei Fragen richtig. Naja, kein Wunder bei den Fragen. Doch ein Wunder. Genau hier an die Frau. Nicht so früh, Freund. Was habt Ihr eigentlich dabei? Geschenke. Das hier ist Weihrauch. Drohnen. Drohnen. Sehr drohnen dabei. Sofort verhaften. Und Sie, was haben Sie dabei? Oh, völlig harmlos. Bisschen Gold. Harmlos, aber über 1000 Euro wert. Ich verhafte Sie wegen Verstoßes gegen das Geldwäsche-Gesetz. Bitte abführen. Hallo. Und Sie? Mürre und andere berauschende Kräuter aus eigenem Anbau aus dem Garten unserer Villa in Miami. Hey, wollen Sie uns da vielleicht mal besuchen? Ein kleiner, kostenloser Urlaub. Ganz privat natürlich. Aber wir doch jetzt Freunde sind. Wir haben auch ein Hotel in Süd. Ja, also das hört sich doch ganz attraktiv an. Wo wollten Sie noch gleich hin? Ich fahre Sie. Das ist aber sehr nett von Ihnen, Frau, äh, Frau, wo, Frau? Äh, ihr dürft mich Bettina nennen. Rostia, was meinst du? Also, nichts verhaften. Dienstreise. Ja. Das ist aber sehr nett von Ihnen, Frau, äh, Frau, äh.